Wochenende! Mit den Hosen geht's nicht. Ah, mit den Hosen geht's nicht. Voriges Mal hab ich hier geschaut. Ja, mit dieser Hose geht's nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem partizipativen Podcast, bei dem du auch 2019 jederzeit ein bisschen müder sein kannst mit uns. Wir fangen gleich einmal an mit einem Audio-Rätsel. Macht das bitte einmal kurz, dieses Geräusch. Danke, 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 Barschen. Wer weiß, was das für ein Geräusch ist? Wer kann sagen, wie Duschko dieses Geräusch gerade gemacht hat? Der kann bei uns wieder einmal etwas gewinnen, indem er sich meldet. Hallo, Duschko. Hallo, Peter. Was geht ab? Ich sag's gleich dazu, ich bin ein bisschen unausgeschlafen. Ich hab schlecht geschlafen, ich war auch schlecht geschlafen. Ja, es ist bei uns, das kann man ja verraten, Freitagnacht, es dämmert. Wir nehmen jetzt immer kurz vor Sonnenaufgang auf, um dann mit der aufgehenden Sonne munter zu werden. Aber ich bin jetzt zum, naja, weiß nicht, halb drei oder sowas eingepennt. Musste dann urinieren wie ein alter Mann mittlerweile ein, zweimal in der Nacht. Und deswegen bin ich eher jetzt nicht so gut beieinander. Ich hab's mir abgewöhnt, kurz vorm Schlafen zu gehen, zu trinken. Und es hat eine Zeit lang sehr gut funktioniert, also so konnte ich durchschlafen. Aber in letzter Zeit bin ich sehr oft in der Nacht aufgewacht, weil ich ausgelogen musste. Ja, bei mir ist das überhaupt seit drei, vier Jahren, seit dem Dreißiger Standard. Aber ich trinke auch sehr viel. So ist es. Lieber Duschko, was gibt's 2019? Weihnachten haben wir uns nicht gesehen, Silvester haben wir uns nicht gesehen. Ja, ich glaube im Endeffekt bist du gut rübergekommen, hast gut gefeiert. Wie feiert ein jugoslawisches Dreirad Weihnachten und den Jahreswechsel? Ach, ich hab bei meiner Schwester und meiner Nichte, die wir besucht, dann waren wir bei Freunden, haben die besucht. Ja. Sind rüber zu anderen Freunden. Ziemlich langweilig. Ja, 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 ziemlich unspektakulär. Dann sind wir zum Schottenring gefahren, nein, Schottentor, das erste Mal, dass ich Schottentor Silvester gefeiert habe. Vor der Votivkirche. Ist das nicht schon Silvesterpfad mäßig? Hm, weiß nicht. Wir sind vor der Votivkirche gestanden, da waren ein paar Raketen und ähnliches und sind wieder zurückgegangen und dann heimgefahren. Also es war sehr unspektakulär. Bam. Okay, alles in allem zu. Pass auf, ich hab ja zwei Jahre Slavistik studiert, 2015. Und ich hab einen ehemaligen... Finde ich geil, dass du 2015 zwei Jahre studiert hast. 2015 bis 2017, ja. Ja, okay. Entschuldigung. Ich hab 2015 begonnen, Slavistik zu studieren, es hat zwei Jahre gedauert. Auf jeden Fall hab ich einen ehemaligen Studienkollegen in der Schnellbahn getroffen und ich so, ja, was machst du? Und er so, ja, Silvester, und wir gehen zu Freunden und dann in irgendeinen Club. Und ich so, aha, wohin? Er so, naja, entweder Loft oder irgendwas anderes. Aha. Und er, was machst du? Na ja, wir gehen zu Freunden. Er so, ah ja, genau. Ich hab vergessen, wie alt du bist. Das hat er gesagt. Bastard. Aber er hat irgendwie auch nicht ganz Unrecht. Na, voll. Es ist, ich hätte am liebsten zu Hause gefeiert. Ich hab echt einfach kein Interesse mehr an Silvester. Ja, mir ist auch irgendwie wurscht, was ich ganz angenehm finde. Also wir waren auch nur bei Freunden. Lustig, dass du das sagst. Und da war sogar mit, also richtig, also ich hab's urchillig gefunden, aber wenn du es jetzt an 18-Jährigen erzählst, urbochen. So richtig mit Essen einer Tafel. Wir waren, glaube ich, zwölf Leute. Danke nochmal, Magic Setu. Wir waren bei ihm zu Hause, wurden reichlichst bekocht. Also wirklich mit Fleisch und Erdäpfelpüree und Weingläser und Stamperl und was weiß ich was alles. Erdäpfelpüree? Na, fein. Dass sie sich was kosten lassen. Und dann halt auch ein paar Bierchen. Das Orge ist auch, ich schweiß mich auch nicht mehr weg. Also es ist dann so gemütlich was trinken, vier Bier, angespitzt und dann um halb drei hab ich schon zum Gewängeln angefangen. Ich hüte dann langsam heim. Also es ist nicht mehr so spektakulär, aber mir taugt es so, wie es ist. Das, was mich noch interessieren würde, wird bei euch bei den, wie sagt man, der Duschki in der Mehrzahl? Duschki, ja. Bei den Duschki zu Weihnachten gesungen. Gibt es da sowas? Steht ihr dann rund um den Baum und singt? Wir sind keine Schwabos, dementsprechend nein. Aber meine Nichte spielt Keyboard und sie spielt uns immer was vor. Das ist aber schön. Ja. Europäische Weihnachtslieder, oder was? Europäische, ja. Die langweiligen. Abendländisch. Okay. Ja, apropos Musik zu Weihnachten, was lachst du da, Teppel? Ich muss noch was sagen. Ja, sag's mal bitte. Es ist ein Silvester-Weihnachtswunder passiert. Ui. Ich habe eine Radkappe gefunden. Ja, ich habe es gesehen, du hast mir ein Foto geschickt gleich. Da komme ich später noch dazu. Es gibt nämlich eine neue Challenge von uns an euch und uns gegenseitig, wenn das irgendwie möglich ist. Ich wollte noch kurz abfeiern. Unsere Musikmedley-Idee ist gar nicht so schlecht ankommen. Also diese Austropop-Geschichten auf Weihnachtsinstrumentals, wenn man das so sagen kann, dass Üsergel ganz gut kommen, machen wir wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr. Nein, auf gar keinen Fall. Dann habe ich noch eine Frage, beziehungsweise die Frage müssen wir noch kurz auflösen, finde ich auch ziemlich unspektakulär. Was wurde aus unserer Einkesselung, wurden wir gefragt. Ihr geantwortet nichts. Wir haben den Kessel dann am Ende einfach umgeworfen und das war's dann eigentlich. Wir haben uns befreit sozusagen und im Start der Peter ist somit auch wieder alles in Ordnung. Das ist auch eine depperte Frage. Irgendwas mach weiter, bitte. Ich wollte dir gratulieren zum heutigen Tag. Es ist ja der 4.1. hier in Wien bei uns im Wald. Und zwar ist es der Tag der Mandarine in Deutschland. Wirklich? Ja, mit Augen die Tage und ich werde es auch jetzt weiterführen. Ich habe noch nicht geschaut, ob es noch einen Tag der Orange gibt. Quasi ein großer Bruder, du bist immer da aus der Sicht der Mandarine. Aber 4.1. ist Tag der Mandarine in Deutschland. Deswegen an alle Brüdern und Schwestern, die uns zum Beispiel in Bayern oder irgendwo sonst wo hören, einen lieben Gruß. Weißt du auch warum? Warum ist genau der 4.1. der Tag der Mandarine? Ganz ehrlich, ich habe mir diese kuriosen Feiertagskalender angeschaut und ich glaube, dass es irgendwie so Trotteln gibt, die sich einfach für jeden scheiß Tag dieser 365 irgendwie was ausgesucht haben, sodass halt jeden Tag was feiern können. und so Idioten wie ich, auch egal wann wir aufnehmen, immer zu irgendeinem Takt gratulieren können. Es gibt noch irgendeinen Tag, es gibt auch Tage, das sind vier Sachen oder so. Aber ja. Waren wir nochmal Eisenbahner-Tag? Weiß ich nicht. Müssen wir nachschauen. Wir haben ja irgendwann den Eisenbahner-Tag und was war das andere? Nicht Brusthämmer, sondern wie hast du? Magenstamperl-Tag. Magenstamperl-Tag. Die sind erst dann wieder im Winter 19 oder so. Apropos Winter, es ist urkalt und zu Ur fällt mir ein Urheber recht, da wollte ich mich nochmal bei dir bedanken. Es ist auch wieder die Woche der Überleitungen. Nein, ich wollte dich bedanken und zwar beim Hochladen, das wissen ja die anderen Leute nicht, der Duschko macht das ja so, er lässt sich von mir mit dem Auto abholen, ins Studio bringen, danach muss man ihn wieder zu Hause führen und er hat eigentlich mit der Post-Production überhaupt nichts zu tun und ist eigentlich eher die faule Haut und dank deines Sample-Quizzes, dass du mit mir gemacht hast, dass ich sehr gefeiert habe, haben wir eine Urheberrechtsverletzungswarnung oder einen Vorwurf bekommen aufgrund dieser Samples, das heißt, wir sollten beim nächsten Mal, glaube ich, nicht ganz so lange spielen. Dann checken das, glaube ich, diese Programme, die das bei YouTube überprüfen, nicht ganz und können wir uns ein bisschen durchschummeln. Also auf Facebook ist zum Beispiel die letzte Folge jetzt gesperrt worden, das heißt, es gibt die Weihnachtsfolge 61 nicht auf Facebook. Scheiße. Ja, werden wir darauf achten das nächste Mal. Also jetzt wirst du auf jeden Fall, warum Folge 61 fehlt. Genau, ich finde es relativ leib und das wird es langsam so ein bisschen Gangster-Outlaw-mäßig werden und auch langsam die ersten Verranungen von Seiten des Staates. Stimmen Probleme mit dem Gesetz. Stark. Aber Probleme mit dem Gesetz. Hast du es mitbekommen, Überfall in 12.10 auf Ordensbrüder? Ja, ja. Ganz arg, bitte. Sie haben in Streberstorf-Send City, nicht allzu weit von hier, von unserem Waldstück entfernt, eine Kirche überfallen. Also ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt, das waren eine oder mehrere Gegners, sage ich einmal. Die haben die Ordensbrüder überfallen und da stellen sich für mich zwei Fragen. Wie verzweifelt kann man sein, dass man so Kirchenhavis überfällt? Ich meine, was haben die an Kohle im Safe? Und die zweite Frage, die sich mir stellt, warum haben diese Ordensbrüder einen 9mm-Krochen im Safe? Hast du das mitbekommen? Ja. Ich meine, und dritte Frage, wenn ich schon eine 9mm-Pistole als Ordensbruder im Kirchensefe-Bunker, warum habe ich die dann nicht zur Hand, wenn ich überfallen wäre? Für was dann überhaupt eine Puffen haben, ne? Genau. Ich glaube, also die Kirche gehört ja, glaube ich, zur De La Salle-Schule. Ach, nicht De La Salle. Wie ist sie? Ja, De La Salle. Genau, ja. Warum ist ein Safe? Warum ist eine Puffen? Was war in dem Safe? Weil sie wissen ja auch nicht, was passiert ist. Warum wurde eine Großverhandlung mit 120 Polizisten angeordnet nach dem Überfall? Weil, keine Ahnung, ist das nur üblich, jemand wird überfallen und dann rücken 120 Polizisten aus. Ja, vor allem Weger, Cobra, Hubschrauber, alles, Wärmebild, Kameras. Achso, du glaubst, dass da irgendwas im Größeres im Busch ist, oder was? Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn irgendwas überfallen wird, dass dann immer 120 Leute ausrücken und versuchen, die zu finden. Na gut, die Leute, die da überfallen haben, haben die irgendwie ein bisschen misshandelt, die Ordensbilder. Naja, das war schon heftig, auch, glaube ich, mit Fesseln und Schwerverletzten und so. Ja, Überfall halt, ich meine. Wenn ich jetzt ein Räuber bin. Die Vorstellung allein. Räuber-Duschko. Und ich überfalle irgendwo was. Ich würde mal nicht auf die Idee kommen, diese Kirche zu überfallen oder diese Kapelle oder was auch immer, weil die werden sicher ein bisschen Kohle haben, die das eingesammelt haben wegen einer Messe oder ähnliches, aber so viel kann das nicht sein. Aber wenn ich das überfalle, dann muss ich schon wissen, dass es da was zu holen gibt. Insider-Job. Ja. Okay. Ich glaube auch, dass das... Irgendwas ist im Busch auf jeden Fall. Ich glaube, es hat irgendwas mit der Direktion zu tun, mit der Schule, weil die Kapelle gehört zur Schule und das gar nicht den Ordensbrüdern, der Safe gehört, sondern vielleicht dem Direktor oder so. Dass die unauffällig vielleicht ihr Schwarzgeld vom Gymnasium, das ist ja Privatschule, die haben ja lauter gestopfte Schüler, dass die da vielleicht auch Geld waschen. Kokain, Heroin, Crystal, Waffenhandel. Ratschläge. Ja. Verdammt. Ja, wir werden es erfahren. Aber ohne Spaß. Ich glaube wirklich. Ich verstehe nicht, warum es so viel Polizei ausrückt. Allein, was das an Kohle kostet. Naja, ich glaube schon, dass die katholische Kirche ein bisschen Macht hat und da natürlich dann am Drücker ist. Und das ist jetzt, glaube ich, in Europa vielleicht auch nicht so unbrenzlig. Jetzt kommt vielleicht noch raus, dass das irgendwie Flüchtlinge oder Asylwerber waren. Jetzt überfallen sie schon die christlichen Brüder. Gefährlich, dass man vielleicht da gleich sagt, okay, da müssen wir uns irgendwie zeigen, wie stark wir aufsteht sind. Ja, aber es war in der Steffansdom oder so. Es war irgendeine Kapelle in Strebersdorf. Ja, aber was ist das Nächste? Steffansdom, Wotroperkirche im 23. zum Beispiel. Da kann es schon ziemlich abgehen. Ja, wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Ich meine, ja, muss man schon sagen, jetzt auch einen lieben Gruß an die Brüder. Sie sind natürlich verletzt worden. Wir finden es jetzt nicht lustig. Wir finden es nur interessant und faszinierend, dass es wirklich so in GTA-Manier mittlerweile Kirchen überfallen werden. Und ich frage mich dann schon, was als nächstes kommt. Wenn schon ein Bruch, dann wenigstens auch gescheit Kohle machen. Bisschen schade, dass das so schlecht organisiert worden ist, finde ich. Das stimmt. Ja, du holst Luft. Ja, du hast ja vorher Post-Production erwähnt von unseren Videos. Apropos Post. Ich war bei der Post. Tag der Überleitung, ich sag's ja. Ich habe einen Brief an meine Hausverwaltung schicken müssen, weil die hat gewechselt und ich irgendwie Daten übermitteln müssen. Und ich habe etwas an einen Bekannten geschickt und diese beiden Briefe habe ich unfrankiert weggeschickt. An die Hausverwaltung auch? Okay, das ist mutig. Stark. Warum? Ich weiß nicht, dass es ankommt. Stimmt eigentlich. Eigentlich braucht man nicht mehr debatt überlegen. Geld sparen, haben wir ja gesagt, nie wieder frankiert wird. Ja. Ja, schön. Die Frage ist, ob es wirklich ankommt. Sicher kommt es an. Es kommt alles an. Ist ja in derselben Stadt, oder? Ja. Na gut, das ist ja sowieso überhaupt kein Ding. Ja, schöne Überleitung. Wir haben ja gesagt, wir starten den Versuch auch des interkontinentalen unfrankierten Briefes. Mama Panera ist in Argentinien gelandet und wird in den nächsten Wochen eben diesen Versuch starten. Wirklich? Ja, absolut. Von Buenos Aires vielleicht aus, falls es dort Postkasteln gibt. War nicht länger nicht dort gewesen. Und Philipp, der hier mal übernachtet hat und schwerst gestürzt ist, fährt nach, na ich glaube er fliegt fast lang nach Goa in Indien. Und meine Challenge wäre, er soll, glaube ich, mir wäre es urrecht, wenn er sich voll die Drogen reinhaut und dann irgendwie auf LSD so diese Post-Action macht und vielleicht uns dann noch eine, keine Ahnung, eine WhatsApp-Sprachnachricht oder so von irgendeinem Technofestel. Das wäre auf jeden Fall süß. Fing gut, ja. Ich glaube, aus Indien wird es nicht funktionieren, aus Südamerika schon. Ein Sechstel der Inder sind Moslems. Stark. Wirklich? Ja. Okay, so relativ viel. Es gibt einen, in Indien gibt es seit kurzem einen Minister für Kuhwohlfahrt. Kuhwohlfahrt, dass die Kühe auf? Der sich darum kümmert, dass es den Kühen gut geht, weil die Kühe sind ja heilig. Und in Indien gibt es das Problem, dass es so Leute gibt, so paramilitärische Gruppen, die Moslems jagen und pötzen, weil sie sie als Kuhesser beschimpfen oder verurteilen. Aber das führt mich jetzt zu einer viel wichtigeren Frage. Wenn man in Indien, wenn die Kuh heilig ist und sie nicht gegessen wird, warum haben die überhaupt Rind? Was machen die dann mit den Kühen? Die haben eigene, sowas wie Tempel, wo die Kühe dann dort sind, dort werden sie versorgt, wirklich. Und Reiche dürfen dann dort hingehen oder halt aus höheren Kasten und sich die Kühe anschauen und spirituell irgendwie sich dort entfalten, weil die Kühe dann dort sind und sie melden sie. Das heißt, man kann dann einfach mal für, weiß nicht, 15 Dollar ans Euter greifen oder sowas. Tatsächlich, es ist wirklich so. Und die haben die Masse Kohle, also Millionen umgerechnet und investieren die in diese Tempel. Die Kühe jetzt machen das Business. Der Minister für Kuhwohlfahrt. Das finde ich aber auch nett. Das finde ich, könnte man in Österreich auch einführen, so einen Viecherminister. Wir haben ja nur Landwirtschaftsministerin, Minister, keine Ahnung, wer das jetzt ist. Ja, vielleicht sollten wir auch ein Viech heilig sprechen bei uns. Den Waschbären zum Beispiel, würde ich vorschlagen. Waschbär sind jetzt schon leibend. Ja, der macht sich auch immer ein Geschenk. Apropos Geschenke, der war jetzt miss, aber apropos Geschenke. Wir haben es ja angekündigt und wir haben es ja auch auf Insta und diesen ganzen anderen unnötigen Plattformen ein bisschen gezeigt. Die Geschenke, die es gab. Ich war ja ganz böse, eingestellt und hatte das Vorurteil, dass Duschko irgendeinen Scheißdreck schenkt. Der Clemens und ich haben vom Duschko so ein kleines Baggerl bekommen und die Vermutungen gingen von, ja, da ist Luft drin oder ein Ratschlag oder irgendein anderer Scheiß bis zu Konzertkarten. Das muss ich schon festhalten, habe ich auch gesagt. Könnte auch ein Ticket sein. Und siehe da, wir haben eben keinen Schmarrn geschenkt bekommen, sondern Duschko hat uns Karten für ein Chisa-Konzert. Also Chisa Wu-Tang sollten wir kennen. 26. März. Ich muss jetzt einmal sagen, vielen Dank, da gebe ich dir einen High-Fünfer dafür. Für diese Karte, Clemens, Duschko und ich werden am 26. März im Wiener Flexsein uns das Chisa-Konzert geben und ich lade euch ein, uns da irgendwie, wie sagt man? Zu begleiten. Zu begleiten, ja genau, mit uns hinzugehen. Und das wäre super. Also vorab Karten checken und dann sehen wir uns am 26. März im Wiener Flex zu einem Hip-Hop-Konzert. Das ist schön. Rap. Das ist schön. Ja. Ich habe bekommen einen Nano-Block, das hast du wahrscheinlich von jemand anderem geschenkt bekommen und hast einfach reingeschmissen. Ich habe ja gesagt, ich mache meine Top 5. Ja, ein Zebra, dass man zusammenbastelt, dann ich glaube, was war das andere? Seifenblasen. Das finde ich aber ganz witzig mit dem Nano-Block, das ist so für zwischendurch, obwohl ich habe es nie verwendet, das ist ja... Ganz ehrlich, Instant in den Miskübel geschmissen. Was? Ja, ja, direkt. Warum gibst du das nicht zurück, bevor du es weggeschmeißt? Du bist ein Idiot. Das kann man ja weiterschenken nächste Weihnachten, so wie ich. Nein, ich bin, das passt ganz gut zu dem zweiten Geschenk, das du mir geschenkt hast, ich bin gerade voll auf Minimalismus. Ich habe jetzt wirklich so viel Zeug einfach weggeschmissen, oh nicht weggeschmissen, ich habe kaputtes Zeug weggeschmissen und Sachen, die ich nicht brauche, habe ich zur... zum Missplatz gebraucht, da gibt es ein eigenes Tandler-Eck. Missplatz kenne ich, ja, ist mein Begriff. Ja, aber da kann man nicht nur Sachen wegschmeißen, sondern man kann auch Sachen hinbringen, die weiterverkauft werden. Ja, 48er Tandler, oder? Ja, genau, genau. Also ich bin gerade dabei, allen, nicht allen, aber einen großen Teil meines Besitzes loszuwerden. Befreiung sozusagen. Genau, und du hast mir dieses Buch von Roland Thüringer geschickt. Ja, original verpackt. Original verpackt, ja. Genau, habe ich auch von wem anderen geschenkt gekriegt. Aber irgendwas habe ich da auch geschenkt, was ich einfach zu Hause liegen gehabt habe. Was war das? Ah, der Seifenblasenspender, oder? War da nicht einer dabei? Ja, Seifenblasen, ja, auch weggeschmissen. Und ein Porträt von Michael Häupl in einem schönen Gang. Das ist aber cool, mit Widmung auf der Rückseite. Ja, steht bei mir am Tisch. Ja, das frage ich mich. Also solange du den Miegel nicht kübelst. Nein, nein, ich habe Michael Häupl und Wolfgang Schüssel am Tisch stehen. Und die anderen zwei Sachen, die anderen zwei Sachen hast du wirklich beinahe weggeholt? Nein, ich habe sie von dieses Tandler-Ding in einen Sackl reingekommen. Ich mache es jetzt einfach so. Wenn ich Sachen bekomme, ich hebe es einfach nicht auf. Du bist so ein Lügner, dass du es weggeschmissen hast. Nein, wenn es Müll ist, dann kommt es in diese Sackl und dann bringe ich es halt regelmäßig Dinge zu dieser Tandler-Sache. Okay, finde ich schön, ja. Ja. Und die Tandler machen dann so Märkte und dann kann man das kaufen, was ich dem Duschklo geschenkt habe und ihm scheißegal ist. Schaut euch die Termine an und holt euch meine Geschenke zurück. Ich habe vorher Instagram erwähnt. Wir haben eine Insta-Abstimmung gemacht, von der hast du wahrscheinlich wieder mal nichts mitbekommen. Da habe ich abstimmen lassen zur Weihnachtsfolge, weil wir haben ein bisschen diskutiert, entweder pro Christkind oder eher pro Weihnachtsmann. Ja, habe ich gesehen, ja. Unsere Fans extrem christlich, über 90 Prozent pro Christkind. Über 90 Prozent? Nein, über 90 nicht, das waren aber die 90 und ich glaube ab da, wenn das erste Promille über 90 ist, sind wir ja schon im letzten Zehntel drin. Also ich sage einmal über 90. Die Abstimmung war genau 90. Okay, okay. Also wir sind wirklich 9 zu 1, Anti-Santa Claus, was mir ziemlich taugt. Das wollte ich da noch sagen und du liest, liest, hast lassen, du hast gefragt die Fans, wer kann dir sagen, für was dieses Wien-Energie-Würstel da ist. Ja, weißt du das? Ja, ja, die Steffi hat uns geschrieben und zwar, das ist eine App und zwar, das ist ein ganz gefinkelter Name, da sind uns lang zusammen gesessen und sie nennen das Wien-Energie-Extra-Würstel-App. Frag mich jetzt nicht, für was es ist, es ist auf jeden Fall eine Wien-Energie-App. Voll super, danke, weil ich habe mich wirklich gestern erst wieder überlegt, was kann es sein. Ich habe auf Twitter gefragt, niemand konnte mir sagen, Wien-Energie-Extra-Würstel-App. Und es wird auch dann dort ganz toll erklärt, was die Wiener und dann Extra-Würstel und sowas verstehen. Bist du Wien-Energie-Kunde, Fernwärme oder so irgendwas? Nein. Okay, sehr froh. Mafia, richtig GIS-Style, meiner Meinung nach. Tatsächlich, Wien-Energie-Extra-Würstel, Wahnsinn. Ja, aber mittlerweile wird ja wirklich für jeden Schaß irgendeine App rausgewetzt. Ja. Apropos rauswetzen, was hältst du von Neujahrs-Vorsätzen? Der ist jetzt spontan gewesen. Ja, geräumt. Na ernsthaft jetzt, bist du so ein Vorsatz-Typ? Also, es gibt ja Leute, die sagen, ja, scheiß Vorsätze, man kann es einfach gleich machen unter dem Jahr oder sonst irgendwas. Ich habe das auch, glaube ich, eine Zeit lang so gesehen. Aber ein Jahresanfang ist einfach eine gute Möglichkeit, um einfach über solche Dinge zu reflektieren. Und deswegen finde ich Vorsätze nicht so schlecht. Ja, vom Mindset ist es gar nicht uninteressant, dass man sich da irgendwie so ein Ziel setzt. Hast du dir irgendwas vorgesetzt für 2019? Ja, ein bisschen entspannter zu sein. Und Sport natürlich, klassisch. Ja, Training. Ja, ich werde mich jetzt nicht anmelden in einem Fitnesscenter oder ähnliches. Aber Marathon mache ich wieder, also Halbmarathon. Stark, da sind wir auch wieder dabei. Flo, the power auch am Start wieder? Muss ich fragen, weil seine Nation zählt auf jeden Fall auf ihn. Also, ich werde ihn mal fragen, ob er wieder für Österreich läuft. Okay, schön. Dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei, weil er hat mir zumindest ein paar nette Fotos. Er wollte ja nichts mit uns reden. Aber es war ein ganz netter Nachmittag am Wiener Ring. Bist du ein Vorsatz-Typ? Absolut nicht. Ich habe schon viel mit Vorsatz gemacht, also absichtlich. Und ich hätte einen Vorschlag an unsere Zuhörerinnen, beziehungsweise wir haben einen Vorschlag. Wir haben einen gemeinsamen Vorsatz, den wir partizipativ teilen mit euch da draußen. Und zwar Duschke und ich setzen uns Folgendes vor, wenn man das so sagen kann. Ich glaube nicht, aber trotzdem. Bis zur Weihnachtsfolge 2019 sammeln wir beide Radkappen und wir challengen uns quasi gegenseitig. Also der Duschke hat ja schon gesagt, er hat schon eine Radkappe gefunden, hat mir dann deppert motiviert ein Foto geschickt davon und mich natürlich dann angestachelt und jetzt will ich auch Radkappen sammeln. Wir betteln uns über das ganze Jahr 2019. Wer findet am meisten Radkappen? Und die kann man dann, wie angekündigt, am 24.12.2019 bei uns tagsüber kaufen. Natürlich sehr teuer, weil es sich für uns auszahlen und für ein Clemensons Studio, da schauen wir, dass ein bisschen was reinkommt. Jetzt habe ich nur eine Frage. Gelten nur Radkappen im Ganzen oder kann ich auch so wie bei, es gibt ja bei Computerspielen so Fragmente, weißt du, von irgendwelchen Orgen, Ornamenten oder so oder zählen wirklich nur ganze Radkappen? Es muss als Radkappe erkennbar sein, wenn es irgendwie so ein Plastikstück ist, wo man sagen könnte, ja es ist ziemlich sicher eine Radkappe, dann eher nicht. Aber es muss schon wirklich, also es muss, ich sage mal, ein Fünftel Radkappe muss da sein. Okay. Ich kann auch, machen wir mehr als die Hälfte der Radkappe, das ist so wie es steht. Da gibt es ja dieses Märchen oder vielleicht ist es so, wenn man irgendeinen Geldschein zerreißt und man geht zur Notenbank, dann muss glaube ich mehr als die Hälfte vom Geldschein da sein, dann kriegt man einen neuen. Dann machen wir das auch so bei der Radkappe, mehr als 50% müssen da sein, damit zählen, du sammelst das zu aus, ich sammelst zu aus, dann bringen wir das ganze Klumper zum Clemens, weil der freut sich irrsinnig, wenn wir solche dreckigen Sachen da sammeln. Und weißt du, was wir auch noch machen sollten? Das ist sehr modern, aktuell bei nachhaltiger Bio-Kleidung, dass man so ein Kärtchen dranhängt und erklärt, woher das stammt und was der Hintergrund ist oder über bei Bio-Sachen. Dann machen wir die Radkappen, machen wir so Kärtchen dran und erklären, wo wir sie gefunden haben, was die Story ist, was wir glauben, was dahinter steckt, weil dann ist der Wert auch nochmal höher, weil dann zahlt man eher einen 50% für eine gebrauchte Radkappe. Genau, das heißt wir haben dann so einen kleinen Markt und da kann man auch schauen, was Dusch und Peter emotional mit dieser Kappe verbinden. Genau, ja. Das wird wirklich wunderschön. Es gibt nicht nur Radkappen, es gibt auch Ratschläge. Ja, wow. Und wir haben zu Weihnachten einen Ratschlag geschenkt bekommen. Sag einmal, warte mal ganz kurz, du hast ein Geschenk von mir vergessen, das du hoffentlich nicht weggeschmissen hast. War kein Ratschlag, aber ein Gutschein. Ah, Gutschein für ein Bier. Das hast du wahrscheinlich nicht wegkaut, gell? Nein, das habe ich mir aufgehoben. Ja, klar, ein Kopiererkord und... Nein, 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 das habe ich mir aufgehoben, tatsächlich habe ich noch. Pass, den könntest du am 26.03. im Flex einlösen, zahle ich dir ein Bier um, weiß nicht. Okay, passt, ich hoffe, ich vergesse ihn nicht. Ich hoffe schon. Okay, Rat, was? Ratschlag Nummer 34 von Heini. Eine Aktie ist wie eine Straßenbahn. Lauf hier nicht nach, es kommt wieder eine. Aha. Ah, ja, na, da jetzt, das ist ein Sickerer. Ja, danke Heinrich, du schöner Mann, du. Apropos schöner Mann, ich, Peter, war endlich im Café Pendl. Café Pendl, ich glaube, du hast das vor Monaten oder so einmal geschaut, Audit, lieber Duschko, und es war wirklich weit. Zur Erinnerung, der Duschko hat einmal darüber geredet, Café Pendl ist im Ersten eine Gehminute vom Kabarin Niedermeyer entfernt. Ich war dort bei der letzten Show von David Scheitz, Remix, er hat es endlich ausgespielt und nachher hat er sich die Kante gegeben im Café Pendl. Und ich war auch ein bisschen bedient und habe eigentlich vergessen, wo ich da bin, bis ich die Bierdeckel gesehen habe und die Musicbox. Und wir haben dann auch angefangen, Bierdeckel zu schmeißen in diesem einen Raum, darf mir Bierdeckelkriege führen. Und ich muss jetzt nochmal sagen, Leute, haut sich ins Pendl, es ist wirklich ein uriges, geiles Lokal und ich werde auch in den Shownotes natürlich etwas anführen, weil ich habe von so, ich weiß nicht, wer das war, irgendeiner Studentenpartie, hat einen wunderschönen Text zum Café Pendl geschrieben, eine Ode ans Café Pendl sozusagen. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Man darf nur nicht Militanter oder Militante Nichtraucherin sein, weil es ist sehr, sehr stickig dort. Es darf geraucht werden. Genau. Man hört es auch an der Stimme der Kellnerin. Es wird auch, ja das stimmt, es gibt zwei Kellnerinnen, die sind sehr lieb, wenn sie gut aufgelegt sind, wenn nicht, dann können die Uhr ungut sein, was ich sehr sympathisch finde. Uniformiert, das muss man dazu sagen, wird man nicht bedient. Also ich habe da so einen Text gelesen, weil es sind auch oft Burschenschaftler dort, dort ist jetzt keine nur linke Hitten, natürlich vornehmlich schon, weil viele Studenten, auch viele ausländische Studenten und ich finde die Einstellung gleich und das ist eigentlich alles Grundbare, weil beim Saufen kommen die Leute eh zahm, aber uniformiert könnt ihr dort nicht hingehen. Also das unbedingt bedenken, weil da kriegst du dann nichts. Okay. Außer zwei Watschen, wenn du Bierdeckel im falschen Raum schießt, wirfst. Aber darf man im anderen Raum nicht... Nein, man darf, so wie ich das gelesen habe, da gab es ein Interview von der Besitzerin, darf man nur in dem einen Raum die Bierdeckel fetzen und wenn du das vorne machst bei der Bar, da sind ja eigentlich die Kampftrinker, das kommt gar nicht gut an. Aber irrsinnig schön, es ist ein von Nikotin über Jahrzehnte konservierter, urgrindiger, geiler, uriger Raum und das Schöne, das stand auch in dem Interview, ist im Pendel, man geht, glaube ich, zwei oder drei Stiegen runter und die Besitzerin hat gemeint, das ist so ein bisschen wie, wenn man in sein eigenes Unterbewusstsein absteigt und deswegen wird dort anscheinend auch so viel gesoffen, weil das irgendwie, ich weiß nicht, hat was. Lest euch einfach den Text durch. Es ist auch schön anzuschauen, ich schaue es gerne an, es ist einfach ein schönes Lokal auch, finde ich. Ja, man kann einfach dort großartig feiern. Apropos feiern, Jojo hatte Geburtstag, ich sage jetzt nicht wann, weil das ist natürlich datenschutzrechtlich nicht in Ordnung, aber Kai-Uwe würde sich nicht nehmen lassen im Anschluss an diese Sendung ein kleines Ständchen, ja an Johannes, seinen besten Freund, zum Besten zu geben. Auch von mir alles Gute. Danke. Duschko, du stehst jetzt vor einer Wahl. Ich habe für dich vorbereitet, ich bin so ein Test- und Quizzes-Typ und du ja auch, bist auch so ein Pub-Quiz-Mensch. Du kannst jetzt wählen zwischen Wendy, Persönlichkeitstest, bin ich mit dem Heinrich Himalaya letztens gesessen und er hat so ein Pferdeheft gehabt und wir haben so einen, kennst du oder Wendy, dieses Pferdeheft, da gibt es viele Persönlichkeitstests und Quizzes, da kannst du einen auswählen für dich oder wir gemeinsam machen ein Audio-Quiz, das hat einen Part 1 und einen Part 2 und das, was wir heute nicht machen, das machen wir dann in der nächsten Folge, also es geht nichts verloren oder so. Audio-Quiz. Audio-Quiz, gut. Mir fällt noch was ein, wir haben ja über Gutscheine gesprochen, weil es war ja auch ein Geschenkratschlag von dir, ein Drittel der Gutscheine wird nicht eingelöst. Minimum. Achso, das hast du recherchiert? Ja, habe ich gelesen. Also nicht der, der dir mir persönlich schenkt, sondern wenn du jetzt, keine Ahnung, zum Saturn gehst, gibt es Saturn noch? Ja. Wenn du zum Saturn gehst und du einen Gutschein kaufst, dann wird ein Drittel der Gutscheine nicht eingelöst. Ein Mördergeschäft eigentlich. Super. Weil die Kohle ist drin, ne? Ich habe zu Hause auch eine Stapel Gutscheine, die ich nicht eingelöst habe. Steht dabei oder stand dabei, warum sie nicht eingelöst werden, weil mich dann interessieren, vergessen die Leute, verlieren sie es. Ich glaube, sie vergessen es, verräumen es einfach. Ja, glaube ich auch. Ramsch-Ding. Okay, Audio-Quiz. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, gestern, glaube ich, viereinhalb Stunden Audio-Samples aufgenommen. Das sind alles Alltags-Audio-Geräusche. Okay. Audio-Geräusche ist ein blödes Wort, weil dasselbe. Ich habe sie bei mir zu Hause aufgenommen. Empleonasmus. Okay, ja. Das kenne ich nicht. Ist das so ein Wortwiederholungsding? Heiße Sonne, schöne Schönheit, großer Riese. Dicker Duschko. Nein, ich weiß auch nicht. Ich komme immer wieder auf dieses Dick zurück. Der schlanke junge Mann mir gegenüber wird jetzt versuchen, folgende Sounds zu erraten. Ich fange einmal mit etwas ganz Leichtes an. Mhm. Wasserkocher. Absolut richtig. Und da war jetzt noch das Schnapperl, wenn es fertig ist. Ah ja. Also das war ein Wasserkocher, wo nur mein Lackerl drinnen ist, weil sonst dauert das Audio-Sample ewig. Okay, Mörder. Das sind einmal eins von acht. Tür. Das ist einmal eins von acht. Dann ein bisschen was Schwierigeres. Und zwar folgendes jetzt. Ganz genau zuhören, bitte. Warte, ich spiele es dir nochmal vor. Ganz genau zuhören. Ja. Der Sound am Schluss. Ein letztes Mal spiele ich es dir noch vor. Was könnte das sein? Kleiner Tipp. Es ist ein Kosmetikprodukt, das aber von Mann als auch Frau verwendet wird. Na nochmal. Achtung. Ich glaube, du verwendest das nicht oft, aber du hast es tausend Pro. Jeder hat das schon verwendet. Keine Ahnung. Ein Labello-Stift, den man zumacht und in die Kapsel reinsteckt. Das ist am Schluss auch dieses... Das Geräusch ist mir sehr vertraut gewesen, aber... Das ist überhaupt schierig, weil ich habe den Fehler gemacht. Ich habe, glaube ich, 16 Audiosamples aufgenommen, habe es mir nicht gleich aufgeschrieben. Und dann habe ich durchgehören müssen und bin noch 30 Mal durch die Wohnung gelaufen, habe alle wiederholen müssen, weil ich selber dann nicht mehr weiß. Das war ziemlich gut, das war sehr gut. Das heißt, du hast eins dabei. Eins von acht, eins nicht. Das ist jetzt, sage ich jetzt einmal, leicht und erinnert mich an deine Top 5 vom letzten Mal. Noch einmal? Moment. Du hast die Musik gekaut. Nein. Ah, er war schon eine Pfeffermühle. Nein. Salzmühle. So ist es. Okay. Gut. Passt. Das nächste ist folgendes. Es ist schwierig. Batterien einlegen. Bist du deppert. Urgut. Warte mal ganz kurz. Nein, das packe ich nicht. Das stimmt. Batterien einlegen. Nämlich zwei Stück in ein Ladegerät. Ich spiele es nochmal kurz. Bist du deppert. Also das hätte ich mir nicht gedacht. Okay. Zwei hat er schon. Drei, 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 drei. Na, zwei, oder? Ah ja, Salzmühle hast du gehabt, Ladegerät und Wasserkocher. Ja. Stimmt. Bam. Das heißt, du wirst wahrscheinlich die Hälfte schaffen. Bereit fürs Nächste? Mhm. Das ist mein Liebling. Warte, ich gebe dann noch einmal. Das hat was mit einem Sack zu tun. Ich behaupte, du kannst nicht drauf kommen. Wenn du nicht unlängst irgendwann bei mir in der Küche warst. Es hängt was. Es ist ein Sack mit etwas befüllt. So viel kann ich dazu sagen. Und ich brauche diese Sachen fast jeden Tag in der Früh für mein Müsli. Mehr kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Na, das ist wie nichts mehr, gell? Es ist ein Riesensack voll Walnüsse. Ach so. Ja, ich bin vorbeigegangen und habe zwei, dreimal draufklopft. Walnüsse von mir selbst gepflückt. Dann habe ich noch ein ganz schwieriges, das du aber raten wirst. Das ist folgendes. Es ist so ein gründiges Geräusch. Warte, kurz. Einmal brauche ich es noch. Du hast gespuckt. Geschlatzt, sagt man bei uns. Geschlatzt. Ich wollte vorher einen grünen raufziehen, aber ich habe immer gedacht, das ist dann irgendwie doch zu grauslich. Das heißt, du hast jetzt schon vier, oder? Fünf. Fünf, okay. Dann haben wir noch zwei letzte. Oder, warte mal. Ich habe Wasserkocher, Salz, Feuer, Ladegerät, Schlatzen. Vier. Vier, ja. Ja, sage ich ja. Aber du hast die Hälfte, aber es sind nur acht. Pass auf. Nächstes, vorletztes. Einmal gebe ich es dann noch. Was könnte das sein? Ich hätte sowas gesagt wie Zellophan von der Zigarettenschachtel oder das Geräusch am Ende ist irritierend. Ja, das Geräusch am Ende ist ein Orales. Hörst du noch einmal kurz an? Ah, du hast deinen Texto Energien aufgemacht und in den Mund genommen. Bist du deppert. Urgut, ein Schokobohn. Ein Schokobohn. Ein Schokobohn. Also wirklich gut. Das habe ich wirklich über dem Süßigkeiten-Teller vom Niccolo. Wahnsinn. Also da muss ich mir fürs nächste Mal dann schwierigere Sachen raussuchen. Fünf hat er von Acht und jetzt kommt das Achte. Das kommt darauf an, was du da für ein Gegenstück zu Hause hast, sage ich einmal. Einmal kriegst du es noch. Das ist ein schönes Geräusch, finde ich. Deswegen kriegst du es ein drittes Mal. Kleiner Tipp vielleicht. Es gibt verschiedene Ausführungen dieses Haushaltsgerätes, das aber fast jeder zu Hause hat. Okay, und diese Abfolge von Geräuschen ist wichtig? Ja, das ist wichtig. Es sind zwei Vorgänge. Ich schaffe beide Vorgänge mittlerweile mit einer Hand. Vielleicht ein letztes Mal. Das Ding steht in einem Sanitärbereich, sage ich jetzt einmal. Es ist jetzt ein bisschen nach einem Saugnapf oder sowas gelungen. Saugnapf? Ja. Keine Ahnung. Es ist eine Waschmaschine, die man von oben lädt. Und das erste Geräusch ist, dass ich die Trommel zumache. Also die zwei Metalltürchen verhaken sich und dann haue ich oben den Deckel zu. Was gemein ist, weil es ist eine ziemlich alte Waschmaschine. Ich glaube, das gibt es nicht mehr allzu oft. Von oben haut man es bei dir rein, oder wie? Genau, es ist ein Top-Toplader. Das am Ende ist dann der Deckel zu. Das ist ein bisschen schwierig. Aber fünf von acht kann ich nur sagen, nicht übel. Und ja, damit der Clemens kurz entspannen kann, weil der sitzt immer so lange, steigen wir jetzt einmal vorab in den Aufzug hinein. Und wenn wir rauskommen, machen wir Top 5, gell? Grüß dich, servus. Ja, ciao. Clemens, bitte, Aufzug, danke. 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 Ja, auch das gibt es im neuen Jahr wieder. Duschko, nochmal wirklich am höchsten Respekt vor deinen Audio-Quizzes-Qualitäten. Vielen Dank, vielen Dank. Da gibt es dann nächstes Mal... Ja, bitte. Was gibt es nächstes Mal? Na, den zweiten Teil erst. Na, kannst du jetzt nochmal reden, oder was? Ich habe eine Frage an dich. Ja. Wenn du einkaufen gehst, zahlst du dann bar... Immer. Cash. Immer Cash. Ja, immer Cash. Zahlst du nie mit der Bar-Komatkarte? Nein, aus Prinzip nicht. Also, oh ja, hier und da mal, wenn ich nichts einstecken habe, aber ich bin eher der Typ, einmal im Monat 400er abheben und Cash zahlen, weil ich dieser Bewegung bargeldlos, das taugt mir nicht. Ich weiß, es ist ein verzweifelter Aufschrei, aber ich zahle immer bar, wenn es geht. Okay. Warum? Nein, nix. Ich wollte nur über das Zahlen sprechen. Okay. Apropos Zahlen, das erinnert mich jetzt an die Top 5, ja? Schreibst du die Sachen eigentlich auf, oder? Nein, spontan, spontan gewesen jetzt. Wunderbar. Zahlst du viel mit Karte, oder was? Ja, ich bin gegen Bargeld. Wirklich? Ja, mittlerweile. Okay. Ist für mich so eine archaische Sache. Ich weiß schon, du willst, dass ich dir dann zu Weihnachten 2019 Bargeld schenke. Nein, ich muss sagen, ich genieße das, dass ich mit Kreditkarte oder Bankomatkarte zahlen kann. Ist einfach angenehmer als einfach Papier oder Münzen. Ja, Münzen brauche ich auch nicht, aber Papiergeld ist schon was Feines. Naja. Ja gut, machen wir deine Zahlenüberleitung. Top 5 und die, sage ich jetzt gleich mal vorab, waren für mich zumindest eine der größten Herausforderungen in allen Party mit Beta-Folgen bisher. Tatsächlich, wirklich, ja? Kleine Vorgeschichte. Es ist für uns gar nicht mehr so leicht, Top 5 zu machen, weil wir so viele gute Ideen haben und dann nicht wissen, was wir machen sollen. Und der Duschgott hat mir gestern noch geschrieben, ja, machen wir einfach Top 5, Top 5. Und ich habe mir zuerst gedacht, du verorscht mich voll. Aber wir machen jetzt Top 5, Top 5. Das heißt, was sind unsere Top 5 Zahlen zwischen 1 und 5? Habe ich das eh richtig verstanden? Und ich habe mir zuerst gedacht, okay, das ist ein Scherz. Aber du hast dann gemeint, na, schaust du mal an, es ist wirklich schwierig. Und ich bin gesessen, ich glaube eine halbe Stunde, 40 Minuten, bis ich meine Reihung beieinander gehabt habe. Also wir machen jetzt Top 5. Top 5, was ist deine Top 5 Zahl zwischen 1 und 5? Da bin ich sehr gespannt drauf. Hast du ja auch Argumente für, warum du welche Zahlen gewählt hast? Ja, 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 absolut. Also ich bin verzweifelt dran, ein bisschen dran zugrunde gegangen, auch geistig. Aber ich habe meine, ja, Argumente, na, sicher kann ich es argumentieren. Okay, bei mir auf Platz 5 ist die Zahl 5. Okay. Ja. Interessant. Also ich habe so jeweils Pro und Contra für jede Zahl. Spannend, ja, bitte. Also, Pro, weil es in Top 5 steckt. Also wichtig ist für unsere Sendung, weil fast jede Sendung haben wir eine Top 5, deswegen ist die 5 eigentlich eine gute Zahl. Aber am letzten Platz bei dir? Aber am letzten Platz, ja, weil einfach Negatives mit Verbind, ein Fünfer in der Schule. Ja, stimmt, ja. Also es ist für mich einfach eine durch und durch negative Zahl. Positiv an der Zahl ist, dass es, wenn man etwas dekoriert, verwendet man normalerweise immer eine ungerade Anzahl an Dingen. Das heißt, wenn du jetzt Kerzen hast, würdest du jetzt nicht zwei Kerzen auf den Tisch stellen, sondern drei oder fünf. Oder sieben, ja. Oder sieben. Es muss immer eine ungerade Zahl sein, weil gerade wirkt irgendwie nicht cool. Deswegen ist 5 eine gute Zahl, aber insgesamt ist schon viel irgendwie 5. Ja. Obwohl 5, ja, ist auch eine Primzahl, gell? Mhm. Nur durch sich selbst und durch eins, ja, ist eine Primzahl gerade noch. Aber 5, ich habe dann auch überlegt. Also bei mir ist sie auch nicht wirklich weit vorne, aber man, allein an unserem Körper, finde ich, ist die 5 voll stark. Fünf Finger in jeder Hand, fünf Zechen. Dann finde ich auch zum Beispiel die, ich weiß nicht, gehört der Kopf zu den Extremitäten? Ich glaube nicht, aber man hat ein Bein, zweites Bein, noch eine Hand, noch eine Hand und den Kopf. Das sind auch so fünf Sachen, die irgendwie vom Rumpf wegstehen. Das ist schon irgendwie eine, ja, ich sage mal nicht unwichtige Zahl, aber mir ist sie auch nicht so sympathisch. Also für mich war es einfach dieses, einfach so negativ behaftet durch die Schule einfach und es ist einfach, es kommt schon viel mit, es ist einfach eine hohe Zahl eigentlich. Unter den niedrigen ist sie eigentlich eine, jetzt kommt man gerade eine mittelmäßig hohe, aber trotzdem irgendwie viel. Aber es ist eher eine unsympathlerzahl, gell? Ich weiß nicht. Irgendwie schon. Ja, finde ich auch. Ja. Also du bist auf Platz 5, ist die 5. Dein Top 5 ist 5. Mein Top 5 ist die Zahl 2. Oh. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen schwierig gewesen. Ich finde, der Zweier ist noch unnädiger als der Fünfer. Also ich finde, es gibt den Einser, okay, das ist der Einser, passt, eins, super toll. Dann gibt es den Dreier, dazu komme ich noch. Und der Zweier ist irgendwie so, ich weiß nicht, mittendrin, man sagt immer, zweiter Platz auch gut, im Endeffekt interessiert es keine Sau. Keine Sau interessiert dich für den Zweiten. Entweder du wirst Erster oder Dritter, dann bist gerade noch am Stockerl oben, ist schon wieder Leihwand, aber Zweiter ist irgendwie so, du kannst gleich Vierter werden. Ja. Interessiert keinen. Und was auch eine Rolle gespielt hat, ich bin davon ausgegangen, dass du 5 auf 5 hast. Wirklich? Ja, und dann bin ich ein bisschen emotional geworden und hat mir der Fünfer ein bisschen leitern. Verstehe ich. Und ich wollte nicht, dass der Fünfer zweimal am Fünfer ist, das hat auch ein bisschen mitgespielt. Deswegen mein Top 5, die Zahl 2. Also ich habe jetzt keine Pro und Kontras, aber... Okay, ich werde jetzt nicht kommentieren, weil die 2 kommt bei mir auch noch. Okay, außerdem haben wir ja wertfrei. Werten, ne? Ja. Gut, bei mir auf Platz 4 ist die 1. Ah. Ja. Also was Pro für die 1 ist, es ist das Beste, es ist halt Platz 1. Number 1. Ja, genau. Aber der will schon der Beste sein, der will schon immer auf Platz 1 sein. Ich nicht. Ich schon. Ich strebe nicht danach, die Nummer 1 zu sein. Ich finde irgendwas dazwischen besser. Pro ist auch wieder, es ist eine sehr präsente Zahl im österreichischen Fernsehen. 1. 1, genau. Aber 1 ist wenig auch. Und langweilig. 1, ja. Wenn du nur 1 hast, ist es fast nichts. Ja, genau. 2 ist dann schon besser. Ich sag's mal. Die Form ist sehr straight, das ist schon gut, das ist eine einfache Zahl und man kann sie einfach zeichnen. Ein 5er zeichnen es schnell einmal irgendwie falsch oder ein 1er kann es schon ganz gut machen. Ist auch für Legas deniger aufgelegt. Ja. Vor allem der römische 1er ist einfach nur ein Strich. Ich finde Formel 1 ziemlich langweilig und es ist ein komischer Sport und deswegen ist es für mich auch irgendwie ein negatives. Aber dafür spiele ich sehr gerne Uno. Mhm. Ja. 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 Deswegen ist die 1, habe ich nicht so richtig Gefühle dazu. Also es ist nicht so richtig positiv, nicht so super negativ, aber ja, deswegen bei mir auf Platz 4. Okay, das heißt, du hast auf Platz 4 die 1. Genau. Ich darf jetzt nicht durcheinander kommen, weil ich habe auf Platz 4 die 5. Ja. Ja, also ich habe es eh angekündigt, die 5, ich wollte sie nicht auf Platz 5 haben, weil 5, 5 ist ein bisschen langweilig, aber ja, im Endeffekt muss ich dir recht geben, die 5 ist halt einfach, ja, weiß nicht, ist halt der Fünfer. Das ist so der Loser irgendwie bei den Ziffern zwischen 1 und 5. Also ich will jetzt gar nicht großartig viel dazu sagen, die 5 wäre bei mir fast auf 5 gelandet. Und jetzt ist es ja 4, gar nicht so, weil es der Fünfer ist, sondern weil ich Probleme hatte dann mit den restlichen 3 Zahlen. Ja, ist klar. Na ja, da kommt noch meine Lieblingszahl, dann kommt noch die andere und natürlich der scheiß 1er auch noch. Und 1er auf 4, das war mir dann zu rough irgendwie. Es ist auch nicht zu einfach, weil die Anzahl der Optionen für die Top 5 ist auch sehr überschaubar. Ja, stimmt. Es gibt nicht so viele Alternativen. Aber ich bin lang gesessen, weil ich mache mir immer so ganz oldschool Word-Dokument mit Aufzählungszeichen. Dieses Mal habe ich natürlich 1, 2, 3, 4, 5 genommen und habe da extrem oft wirklich Steuerung X, Steuerung C da irgendwie herumgeschoben. Es ist wirklich tough gewesen. Ich bereite oft Weg her in der Straßenbahn. Die Straßenbahn fährt sich 7 Minuten vor. Aber diesmal habe ich mich wirklich hinsetzen müssen. Du siehst, ich habe einen A4-Zettel. Stimmt, beidseitig beschrieben. Also echt nicht easy. Beim Fünfer muss man auch sagen, es gibt die Straßenbahn 5 und die fährt ewig. Die ist ewig lang. Der Fünfer, stimmt. Ist ja praktisch. Man kommt von Westplanhof bis Praterstern, glaube ich. Aber es fährt einfach lang. Ist auch interessant und langweilig. Die Hälfte von A4 ist A5, oder? Das stimmt, ja. Also wenn du das Blatt falten tätest, in der Hälfte, ist es nur noch A5. A5, ja. Deswegen auf Platz 5. Das macht schon wieder Sinn, ja. Gut, bei mir auf Platz 3 ist die Zahl 2. Wir haben keinen einzigen Platz, glaube ich, gleich. Naja. Schauen wir mal, der erste könnte es vielleicht werden. Also du hast auf Platz 3 die Zahl 2. Genau, weil ganz einfach, erster Vorteil, es ist mehr als 1. Ja, das ist ja mal ein Top-Argument. Aber die Form ist nicht besonders schön. Also ich finde, eine 2 ist jetzt nicht irgendwie super schön. Es ist so geschmeidig, wie eine Rundung oben. Aber zum Beispiel, wenn du es so in Lateinisch schreibst, dann ist es einfach, genau mit diesem Ringel da unten, es ist einfach nicht so richtig schön. Ich mag die Form nicht so richtig. Ja, es ist sehr wichtig und vor allem auch wichtiger als die 1, wenn es brennt. Weil man wählt die 1, 2, 2. Ah, da war zweimal die 2. Genau, zweimal die 2 drin, das ist, genau. Und ein Riesenproblem, das man hat, das Militär hat das ein bisschen gelöst, aber es ist leicht zu verwechseln mit der 3. 3, 2, 3, 2. Vor allem jemand, der so undeutlich spricht wie ich. Ah, du meinst akustisch jetzt zu verwechseln? Ja, genau, wenn du deine Telefonnummer ansagst. Ja, deswegen sagen die Wiener dann 2. Genau, ja. 1, 2, 3. Genau, so habe ich das beim Militär auch gelernt. Man sagt 2 und 3. Schön. Aber ein großer Vorteil, deswegen ist ja auch auf Platz 3 in der Mitte, ist, dass einfach zwei Dinge sind schön, Paare, ein Pärchen sind zwei. Das stimmt, ja. Obwohl beim Pokern halt relativ unten angesiedelt ist. Aber ein Paar ist auch was Schönes, das kann ja auch die Liebe betreffen. Ja, genau. Oh ja. Ein Baal, Salzdam, Köln und so weiter. Ja, Baal, Baal, Frankfurter. Ja, stimmt, viele Sachen kommen eigentlich im Paar daher. Zwei Ohren, meistens halt. Zwei Hände, zwei Haxen habe ich schon erwähnt. Zwei Hoden auch. Augen. Fällt mir jetzt in diesem Fall ein. Brüste. Nasenlöcher. Wahnsinn, ja. Das ist eigentlich viel. Ziemlich viel, ja. Zweifach, ja. Wahnsinn. Ja, zweit vielleicht auf Platz 2 gehört. Wir sind auch zu zweit. Das stimmt. Ja, eigentlich im Sinne der Party hätte ich mich auch nicht gestört, wenn du den Zweier am Einser hast. Ja, eigentlich schon. Aber wohin denn mit dem Dreier, ne? Eben, drei. Das ist halt schwierig. Das ist gefinkelt. Meine Nummer drei war die Zahl zweier. Okay, warte, jetzt komme ich durcheinander. Dein Dreier ist die Zwei, mein Dreier ist die Vier. Die Vier? Ja, weil ich finde die Vier, ja, ich hätte die Vier fast nach hinten gereiht, dann wäre es aber knapp geworden mit dem Fünfer und mit dem Zweier. Also ich habe auf dem Dreier in Vierer, einfach weil ich Platz gebraucht habe. Deswegen habe ich in Vierer mal in der Mitte angeordnet. Vierer finde ich jetzt nicht so die sympathische Zahl, aber es gibt natürlich dann die Fantastic Four, weil du vorher Schule erwähnt hast, Vierer auch eigentlich noch eine leibende Note, weil man, also bei mir war es so im Gymnasium, je später es geworden ist, desto geschissener waren die Noten, aber mit einem Vierer war es immer noch gut beieinander. Nicht so leibend wie mit einem Dreier, weil da haben die Professoren auch gesagt, naja, schau, bist mittlerweile auf einem Befriedigen. Vierer war es okay, Arbeitshaarapartie. Aber ja, Vierer bei mir auf Drei. Aber ich kann mit der Zahl nicht viel anfangen und ich glaube, wenn ich es nochmal ordnen würde, würde ich die Vierer fast auf die Vier legen. Das ist spannend. Ja, aber bis jetzt ist sie auf der Drei. Okay, dann pass auf, weil meine Nummer Zwei ist nämlich die Drei. Okay. Ja. Das finde ich sehr schade. Ja, also Hauptargument für die Drei ist, sie ist eigentlich eine leibende Zahl, weil wenn du zwei Dreier nimmst und einen spiegelst, bekommst du einen Achter oder Handschellen. Okay. Das ist natürlich sehr sympathisch. Das ist sehr sympathisch irgendwie. Oder eine Brille oder das Unendlich-Zeichen beziehungsweise das Konsum-Zeichen von früher. Na bitte. Ja. Wie Konsum-Zeichen? Das Konsum-Logo war ein Dreier oder was? Ein Achter oder zwei Dreier? Nein, aber sowas ähnliches. Das Konsum-Zeichen war so wie das Unendlich-Zeichen. Seht, diese Dauerschleife. Meinst du Konsum und das Geschäft? Ja, was meinst du? Zeit um die Band oder was? Ja. Nein, die haben ja kein Logo gehabt. Nein, Konsum-Das-Geschäft. Ah, du bist ja so jung. Nein, aber Konsum kannst du ja da angeheben. Ja, da sind wir früher fladern gegangen. Und das hat so, also fladern. Bam, bam. Einmal ein Kaugummi mitgenommen. Bam, bam, auch geil. Nein, aber es erinnert mich an deine Handschellen. Ich muss ja nochmal nachschauen. Ich habe es gesagt, ich habe es überhaupt nicht im Kopf. Also ich glaube, Konsum hat dieses blaues Unendlich-Zeichen gehabt. Ja, Clemens nickt. Ah ja, okay. Auch fladern gewesen, gell? So ist es. Naja, so ist es. Manchmal ist es ungut eine 3, weil es ist oft einfacher, etwas zu transportieren, zum Beispiel Bier, sagen wir mal. Wenn du sechs Bier hast in einem Sechser-Tragl, kein Ding. Bei fünf geht es auch noch, weil einfach das schon so ausgelabelt ist. Bei vier ist es perfekt, du hast in jeder Ecke eins in einem Sechser-Tragl. Bei drei hast du halt so ein Ungleichgewicht. Da müsste man eins trinken. Stimmt, wie ordnest du drei Bier in einem Sechser-Tragl an? Das ist Arsch. Ja, das ist Arsch. Naja, versetzt. Ja, versetzt. Aber es ist so oder so, du hast immer so ein Ungleichgewicht. Bei zwei kannst du eins in einer Ecke und das andere in die andere Ecke. Es haut mit fast jeder Zahl aus, mit drei und eins hin. Es ist auch gruppendynamisch eine interessante Zahl, weil zu dritt sagt man oft, dritt ist blöd. Wenn du zum Beispiel auf Urlaub fährst, wir sind ja jetzt schwerst vergeben, entweder zwei Pärchen. Blöd ist, wenn du dann einen mit hast. Mich stört das ja normalerweise nicht, aber dann oft glaubt der Dritte, er ist irgendwie das fünfte Rad am Wagen, was ja oft nicht stimmt. Aber es ist natürlich schon eine Herausforderung, die drei. Aber gleichzeitig, es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Sagen wir mal, ich gehe in der Früh zum Anker. Ja. Wir sind zu zweit. Und wenn ich jetzt sage, zwei Semmeln ist irgendwie ein bisschen wenig, weil was ist, wenn man jetzt eine Semmel isst und dann halt noch eine essen will? Wenn ich aber vier bestelle, ist das schon viel, weil dann bleibt sicher eine übrig. Sondern ich habe einfach drei und man könnte es halt noch teilen. Das heißt, drei ist auch so irgendwie die goldene Mitte, ne? Eigentlich schon ein bisschen. Auch in den Zahlen, eins bis fünf, ist der Dreier in der Mitte drinnen, ne? Du hast die Top-Argumente vorbereitet. Nicht schlecht. Schön, dass du dich so intensiv damit auseinandergesetzt hast. Die Leute draußen glauben jetzt vielleicht, wir machen einen Spaß, aber wir meinen das todernst. Das ist echt nicht teilen. Wirklich, also. Wenn wir sechs Zahlen genommen hätten oder vier, ist einfach. Du hast zwei Lavande, zwei Geschissene, aber fünf ist halt einfach greh, ne? Das war's. Was ist dein Nummer zwei? Ich habe auf Nummer zwei die Eins. Die Eins, ja. Also jetzt wenig überraschend. Die Eins ist mir nicht sympathisch genug, um die Eins zu sein. Wie du vorher gesagt hast, Eins sind immer die supertollen. Früher waren das die Sportler und so. Aber Eins kann man auch nicht jetzt auf vier oder fünf legen. Meiner Meinung nach. Dazu ist sie einfach zu straight. Eins ist halt einfach der Erste, die Erste. Ja. Ist mir jetzt ein bisschen... Ich verstehe schon, was du meinst, ja. Ja, schon. Ich glaube, braucht man gar nicht ausführen. Eins ist bei mir auf zwei, weil auch Eins, Zwo. Ja, ja. Das hat man tagt früher, Hip-Hop-Bezug auch. Aber für Eins ist sie mir zu unsympathisch. Ich war auch ganz selten eben der Erste und deswegen ist der Erste bei mir der Zweite. Okay. Aber es ist bei beiden nicht auf Eins. Bei beiden nicht auf Eins, denn bei mir ist auf Eins die Vier. Ah. Einfach nur deswegen, weil vier gewinnt. Vier Fäuste für ein Halleluja. Ja, vier Fäuste gegen Rio war das nicht auch. Genau, ja. Es ist eine Super für Eselsbrücken. Wenn du jetzt... Du musst die Rettung rufen. Du weißt die Nummer nicht, ja. Da fällt dir ein, die Zahlen in der Nummer, die ich wählen muss, schauen aus wie die Sessel im Krankenwagen. Okay, bitte. So merkst du das, oder was? So habe ich es in der Volksschule gelernt, dass die Vierer schon aussahen wie der Sessel, auf dem der Fahrer sitzt. Wie? Okay, oder was? Ich kenne nur dieses Lied, ne? Eins, zwei, zwei, Feuer herbei. Eins, drei, drei, da kommt die Polizei. Eins, vier, vier, die Rettung kommt zu dir. Ah ja, na schon. Also ich war damals schon eher Musikaffin. Ja, ansonsten, du hast es schon genannt, in der Schule war man froh, wenn man Vierer hatte. Also Vierer meine Zahl, weil es war kein Fünfer. Ja. Und es ist irgendwie eine unaufgeregte Zahl. Eins, wie du gesagt hast, Platz eins. Zwei ist dann wieder so, ja, scheiße, ist nicht eins und irgendwo dieses Dazwischen. Dreier kommt schon recht oft vor, weil es einfach in der Mitte ist. Fünf ist ja negativ und vier ist einfach gediegen. Gediegen. Eine gemütliche Zahl, kann man sagen. Genau. Schön. Jetzt tut es mir ein bisschen leid, dass die Vierer bei mir um Dreier ist. Ich finde die Vierer nicht so schlecht. Ich habe ja auch kurz überlegt, aber eigentlich ist, ich war auch verwundert. Ich habe mir spontan, so wie bei den ersten Gedanken, die ich mir gemacht habe, hätte ich mir nicht gedacht, dass die Vierer bei mir so weit vorne ist. Das hätte ich mir auch nicht gedacht. Wenn ich sage, was ist deine Lieblingszahl, sage ich meine Zahl zwischen eins und fünf. Ich glaube nicht, dass du vier gesagt hättest. Nein, glaube ich auch nicht. Wahrscheinlich drei. Wahrscheinlich, ja. Ja. Deine Nummer eins ist entsprechend. Die Zahl drei. Ich weiß, ist jetzt unaufgeregt, aber drei ist halt einfach meine Lieblingszahl. Ich habe ja schon mal, glaube ich, von diesem, wir haben einmal über Ticks gesprochen und da hatte ich berichtet von diesem Tick, den ich ansatzweise noch habe, dass ich Sachen dreimal machen muss. Dreimal mit dem Finger, dreimal mit dem, dreimal mit der Zunge auf den Zahn, dreimal das, dreimal den, da, da. Und ja, bei mir war es dann eben so, dass ich in der Oberstufe langsam, am Schluss bin ich vernünftig geworden und bin vom Vierer, also vom genügend, aufs Befriedigend kommen. Ja. Und das hat mich dann bis zum Schluss, bis zur Matura auch begleitet. Dreier war, ich glaube auch immer, Notendurchschnitt war dann einfach drei. Super. Da hat auch dann die Mama gesagt, ja, passt, mit einem Dreier kannst du leben. Ist sie lieber als ein Vierer? Fetzen sowieso. Aber ich habe mir auch nicht leicht getan, sie auf die Eins zu stellen, weil es so abdroschen ist, finde ich. Dreier ist so für viele die Lieblingszahl. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja. Aber mit Dreien taugt es mir, weil bei Dreier gibt es eine Mitte und ich bin eher so dieser mittige Typ. Erdig. Erdig, ja. Also wenn mich jemand fragt, bist du eher links oder bist du eher rechts, kann ich immer noch sagen, naja, Dreier. Ja, Mitte. Da kennt sich ja jeder aus. Unpolitisch. Genau. Ja, ich würde noch einen Aufruf starten, wenn ihr Bock habt, uns mitzuteilen, was eure Lieblingszahlen sind zwischen 1 und 5, lasst das bitte, weil das interessiert uns jetzt nicht so wirklich. Aber man kann sich ja zusammensetzen und im Pendel oder so darüber diskutieren. Ich bin sehr gespannt, wie die Reaktionen werden zu diesen Top 5, die wir Uhr feiern und wahrscheinlich jetzt viele sich schon gedacht haben, dieser Drops ist ausgelutscht. Wir müssen uns irgendwas Neues überlegen, glaube ich. Ja, Leute, wenn ihr Ideen habt für Top 5, die könnt ihr uns schon sagen, die kommen in unsere Liste rein. Wie man merkt, es wird natürlich immer einfacher für uns. Na, Spaß ist schwierig. Mittlerweile Top 5, wir haben jetzt sicher 30 mal Top 5 gemacht. 30 mal 5 ist 150, die Ziffernsumme von 150 ist 6, geteilt durch 2, sind wir wieder beim Dreier. Also es ist eine Zahl, die einen eben ständig verfolgt. Deswegen macht's Party mit Peter. Wir fragen jetzt den Stipe nicht, was er sagen würde. Auf gar keinen Fall. Weil Florian ist heute nicht erreichbar. Weißt du auch, warum nicht? Er war auf einem, er ist Skifahren. Ja, genau, er ist Skifahren. Podcast ein. Vielleicht können wir es auch so machen, dass er irgendwann zurückruft, jetzt im Laufe des Vormittags und dann hängen wir das ganz hinten an, nachdem Jojo seine Grüße bekommen hat. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende dieser Sendung. Wir brauchen nichts auflösen, weil wir hatten ja auch kein Filmrätsel, wir machen auch kein Shoutout, weil ich hab's eh schon gebändelt. Oder hast du noch irgendwas super Wichtiges? Nein. Passt. Ich hab noch einen Shoutout, Sommer, bitte komm endlich, weil mir geht's langsam wirklich auf die Nerven, dass es arschlich kalt ist. Ich hab gestern in einer Sendung, wurscht welche, mag ich nicht sagen, hab ich Menschen in der Sonne sitzen und Bier trinken gesehen und hab gedacht, baah, traumhaft. Ich hätte mir natürlich ein Bier anreißen können, aber es hätte nicht genauso geschmeckt wie in der Sonne. Das stimmt, ja. Witteltraurig jetzt mit diesem Alkohol-Ding am Schluss. Deswegen, macht Party mit Peter. Ja, das haben wir eh schon oft gesagt, man kann hier mitmachen und so, wenn irgendwer Bock hat, dann tut das einfach, wir werden uns für heute langsam aber doch verabschieden. Duschko, ich werde dich gescheit herwetzen mit den Radkappen. Wir haben jetzt ein Jahr lang Zeit, ihr habt auch ein Jahr lang Zeit, um irgendwie eure Vorsätze, ist doch scheißegal, es ist das Ende der Sendung, ich wünsche euch noch alles Gute, dickes Bussi und bis zum nächsten Mal, euer Duschko, Peter, Bastard. Ja, hallo, ich bin's nochmal, Kai Uwe, also nochmal, ich bin schon länger nicht gemeldet, ne, darf ich ja nicht mehr. Aber Jojo, das war mir schon wichtig, hatte Geburtstag, ich denke mal am 23.12. oder so wird das gewesen sein, kurz vor Christus. Jojo, ich weiß, wir hatten unsere anfänglichen Schwierigkeiten, sag ich mal, aber was hältst du davon, wenn du einfach mal mit mir auf ein Bier kommst, vielleicht wachsen wir dann doch noch zusammen. Bis dahin, sag ich jetzt mal, einen lieben Gruß, ein dickes Küsschen auch von meiner Seite, ich find's echt knorke, dass du auch dein Feedback, beziehungsweise deine Kritik an mir geäußert hast, nichts für ungut, ne, alles Liebe auch von mir und bis zum nächsten Lebensjahr wünsche ich dir alles Gute, ne, tschüssi.